let's go so leute ihr seht es ist wieder location am start man das letzte video das letzte geist videos übel eskaliert man wir haben innerhalb von einem tag glaube ich 1500 likes so geschafft und wie ihr seht habe ich mal ganz viel anderes dabei denn es habe ich heute am start wir warten jetzt auch noch auf einen kumpel der müsste auch jeden moment eigentlich kommen akini ist nämlich heute nicht am start der ist im urlaub das ding ist nach dem letzten video haben uns noch ein paar kumpels angeschrieben und haben gesagt so marki wir haben viel krasser in ordnung das ganze ist ein richtig fettes gelände anscheinend sollen irgendwie so 5 6 gebäude sein wovon 1 für eine psychologie war es ist wieder ein gelände wo selbstmordvorfälle waren irgendwie voll vor zwei jahren oder vor drei jahren ist da irgendwer hingegangen und ist einfach bis zum heutigen tag vermisst er ist einfach bis zum heutigen tag nicht gefunden worden ist ding ist halt soll halt echt wirklich so wieder so geister steht und sowas sein so das ganze ist wieder abgesperrt also bitte wie gesagt am anfang macht es nicht nach und wenn euch das video gefällt dann lasst wieder ein abo da und daumen nach oben wirklich dann für uns und ich will einfach sagen kommen wir jetzt hier wieder das gelände jetzt gleich rein die leute erklärt 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 mir bitte wie kommen wir einfach zwei türen raus und wo zum teufel ist hier ein einger alter sieht die nummer das heißt zwar ein haustier habt ihr da auch was gewinnt ich schwöre ich habe ja auch was gewinnt ohne witz das ist einfach den breiter hier mit holen das wird an die leute alle wir haben jetzt ein ganz gutes update gemacht wir haben verstärken geholt wir haben zu viel schiss einfach deswegen haben mir noch ein paar kumpels geholt mann und macht es nicht nachhaltig was ist wenn hier jemand wohnt jetzt 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 Alter, die Hütte ist mir jetzt. Scheiße. Hast du erst hoch oder hast du erst hoch? Oh mein Gott, wie viele da oben hier sind. Oh mein Gott, das ist noch nicht wie früher. Ich dachte mal schocken. Merkt ihr, wie leise es auf einmal wird? Oh, dann wird es jetzt. Jiga, tiga, tiga. Was geht denn hier ab, Mann? Okay, rufen wir an. Yo. Yo. Das ist gut. Yo. Das ist gut für dich. Okay. Okay. Ähm. Ich schwör auf mein Leben, Alter. Aber wieso haben wir es dann nicht gehört? Ich schwör auf mein Leben. Schau mal her, wo wir telefoniert waren. Wann waren wir? Hier. Hier ungefähr. Wie glauben wir es euch? Wie zum Ernst? Zwei oder zwei bleiben draußen, ja? Wir bleiben da rein. Wir bleiben da rein. Das war ein Auto. Egal. Wir bleiben da hinten, Alter. Ich schwör. Hinter dem Zaun, Mann. Nein. Das ist Autoreifenkrieg. Das ist kein Autoreifenkrieg. Das ist kein Autoreifenkrieg. Ich hab's auch gehört. Nein. Wie ist das? Komm mal mit. Das wird's dann in den Kopf. Yo, Mann. Voller Schrecken, Mann. Schau mal, schau mal, schau mal. Was steht da oben? Was ist das für ein Baum? Komplett... Was ist das? Wieso ist der... Boah, wie leise es hier ist? Digga, hier ist so ein Zug. Wie ist so ein Luftzug? Wie leise es hier? Wie leise es hier? Ey, wenn... Wenn hier... Oh, mein Gott. Es ist wie ein Morrofilm. Nee, wir gehen da nicht hinterher. Nee, echt nicht. Komm, zurück. Digga, wie... Alter, wo sind wir? Wo sind wir hier? Digga, Entschuldigung. Bro, Alter, wo sind wir hier? Ich sag's langsam, das ist echt nicht mehr lustig. Na, das sieht man schon. Yo, was ist das für ein Mal? Okay, Leute. Ich glaub wirklich... Oh mein Gott, schau mal, wie alt das ist. Aber die ist halt jetzt frisch aufgeschlagen, oder? Leute, schaut mal, wie alt das ist. Das ist... Irgendein... Oh mein Gott. Let me... Was? Hast du hintergemacht? Was? Bro... Das ist... Irgendwo... Biss. Ich glaub, was ist das denn? Ich glaub, was ist das denn? Kommt. Kommt. Alter, ist alles nass. Da geht's weiter... Das ist frisch. Kommt, komm, 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 komm. Kommt, komm, komm. Kommt, komm, komm. Kommt, komm, komm. Kommt, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Gott. Kommt, komm. Kommt, komm. Kommt, komm. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir müssen ins Krankenhaus! Wir müssen ins Krankenhaus! Wir müssen ins Krankenhaus! Wie hat er das? Langsam! Achtung! Leg ihn auf die Richtung! Leg ihn auf die Richtung! Leg ihn auf die Richtung! Ich mach Kamera aus!